Ja, willkommen Leute, heute ein neues Video und zwar zum Thema Krebs und Ernährung nochmal. Es ist ja wieder etwas vorgefallen in der Welt, ja der berühmteste Wettesser der Welt hat zum dritten Mal Krebs gekriegt und da wollte ich einmal nochmal drüber sprechen, um die Leute vielleicht hier noch ein bisschen aufwecken zu können. Und ich habe schon mal so ein Video gemacht, ja als er das erste Mal Krebs gekriegt hat, das Video findet ihr hier unten, guckt euch das unbedingt an. Und da habe ich schon mal drüber gesprochen, da habe ich auch erklärt, warum er Krebs gekriegt hat. Und bei ihm ist auch noch der Sonderfall, dass normalerweise entsteht Krebs zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr, also ungefähr Durchschnitt 68, ja. So ungefähr um das Alter kriegt man dann Krebs, das ist normal, ja mit der heutigen Standardernährung. Und auf jeden Fall, dieser Wettesser, der hat seinen ersten Krebs mit 29 Jahren gekriegt, ja der ist jetzt 31 und hat zum dritten Mal Krebs. Und zwar ist das bei dem Hodenkrebs und das hat aber auch schon gestreut in andere Organe, so wie ich das verstanden habe. Und auf jeden Fall wollte ich euch da sagen, dass das ein sehr trauriges Beispiel ist, aber es ist wirklich ein Beispiel dafür, was Ernährung mit einem machen kann, ja. Man kann sich mit 29 Jahren Krebs anfressen, ja, dass du wirklich schon, normalerweise wehrt sich der Körper, wie gesagt, bis zum 60. oder 70. Lebensjahr dagegen. Ja, da wehrt diese Karzinogene, die du jeden Tag isst, wehrt ihr jedes Mal ab und wehrt ihr ab und wehrt ihr ab und wehrt ihr ab und wehrt ihr ab, bis er irgendwann wirklich nicht mehr kann und aufgibt. Das ist dann ungefähr das Alter 68, wo er aufgibt. Aber wenn man natürlich solche silly Sachen macht, wie der, dass man sich da wirklich hinsetzt und ich habe das im ersten Video erklärt, du kannst du, ich breche das mal kurz runter, du kannst ein Nahrungsmittel einer Karzinogene Last geben, ja. So ein Chickenwing angebraten ist, ein Öl angebraten ist, das hat irgendwie eine Karzinogene Last. Nimm irgendeine Zahl, ist ja egal welche, drei zum Beispiel. Wenn du zwei davon isst, hast du ja sechs und so weiter und der Körper kann zum Beispiel eine Karzinogene Last von 50 ertragen, ja. Das kann der noch kompensieren und sich dagegen wehren. Aber jetzt setzt der Mensch sich dahin und isst 200 von diesen Chickenwings, ja. Dann hat er so eine hohe Karzinogene Last, der Körper kann dagegen überhaupt nicht mehr ankämpfen und lässt das einfach gehen, ja. Er lässt diese ganzen Tumor-Promoter, ja, IGF-1 durch die Decke schießen, alles mögliche, die ganzen PHK, polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe und alles, ja, lässt er einfach arbeiten, weil er sich dagegen nicht wehren kann. Er wehrt sich zwar dagegen, aber da sind viel zu viele davon, ja. Und so kriegt man dann Krebs. Und wenn er mit 29 Jahren Krebs schon gekriegt hat mit Symptomen, die Karenzzeit, also die Zeit von dem Moment, wo du Krebs gekriegt hast, bis es ausbricht, kann bis zu 40 Jahre dauern. Also er kann Krebs mit 20 gekriegt haben, ja, oder mit 15 schon. Ich gehe schwer davon aus, dass er dann Krebs gekriegt hat, als er mit diesem Wettessen angefangen hat, ja. Oder auch Ölflaschen leer trinken oder irgendwie so ein Stück Butter essen, ne, solche Sachen. Und, wie gesagt, das ist so ein sehr trauriges Beispiel, wie man sich wirklich sehr, sehr früh Krebs anfressen kann, ja, indem man einfach, ja, dumme Sachen macht. Weil das ist einfach dumm, das weiß jeder Mensch, dass das dumm ist. Das schreiben dem ja auch die Leute in die Kommentare. Ja, dass man dann 5 Pizzen auf einmal isst oder sowas, ja. Was macht der Körper mit diesem ganzen Zeug? Was macht der mit dem ganzen Fett? Ja, der bricht einfach nur zusammen. Der kann sich dagegen nicht wehren. Gegen so eine Karzinogenlast. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr trauriges Beispiel, wie das ablaufen kann, ja, mit 29 Jahren Krebs zu kriegen. Das ist schon, also, da musst du schon hart arbeiten, ja. Und mit 29 ist der Körper noch viel zu stark, ja, als dass er Krebs kriegen könnte. Und auf jeden Fall spielen da natürlich noch andere Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, ja, ja, Steroide, ja, das ist ja auch noch, du nimmst etwas zu dir, das Wachstum, ja, das alles wachsen lässt in deinem Körper. Also, Wettesser und Steroide, das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr üble Sache, die man sich da antun kann. Also, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, das ist, das ist die Sache und von daher wollte ich euch da warnen, ne, bei der Sache, da könnt ihr wirklich sehen, wie das schief gehen kann, wie das aus dem Ruder laufen kann. Und warum man so sehr auf seine Ernährung achten sollte, ja. Es ist auch, man kennt das auch jetzt zum Beispiel von Korea oder so, da gibt es auch diese verschiedenen Streamer. Ja, ich hatte auch mal einen abonniert. Äh, die sitzen dann davor und haben da so, sechs solche Teller, ja, und die essen da alles Mögliche jeden Tag, hauen die so ein Video raus. Und aber zum Untergang von China, von Japan und so, da werde ich noch ein Video machen, wie Ernährung, Völker ruiniert, ja, Traditionen ruiniert, Länder ruiniert. Das wird dann noch ein interessantes Video. Aber wie gesagt, hier nochmal so ein, so ein kleinen Infovideo vorweg, ja, wie man sehen kann, wie das wirklich einen ruinieren kann. Und die Ärzte sagen ihm natürlich immer wieder, auch jetzt beim dritten Mal, sagen ihm die Ärzte, das hat nichts mit Ernährung zu tun. Ja, Krebs hat nichts mit Ernährung zu tun, ja. Klar nicht, äh, es sind Ärzte, ja, was sollen die dir sagen, Ernährungsplan mitgeben, dann sind die pleite, ja. Irgendwann müssen, irgendwie müssen diese Geräte bezahlen, die Millionen kosten, ja, und Patienten sind die, die das bezahlen, okay. Und auf jeden Fall, ähm, ja, er hat zum dritten Mal Krebs bekommen und er hat es immer noch nicht verstanden und alle Leute sagen ihm das und alle großen YouTuber machen da Videos drüber und sagen, hör auf, diesen Mist zu fressen, hör auf mit dem Scheiß, ja. Und dann lädt er Videos hoch, wo er da sitzt und, äh, zu seiner Chemo muss, dann isst er Fleisch mit Eiern. Ja, er, wie gesagt, er will es einfach nicht verstehen und er bezahlt immer wieder davon, jetzt hat er es zum dritten Mal gekriegt. Und, ähm, ja, was soll man da machen, Leute? Was soll man da machen? Ein Mensch will nicht hören, er wird völlig von seinem Geschmack sind, von irgendwelchen anderen komischen Sachen in seinem Kopf gelenkt. Was kann man da machen? Kann man nichts machen. Ich persönlich wünsche ihm natürlich alles erdenklich Gute. Ich hoffe, der kommt da durch zum dritten Mal. Der hat es ja schon zweimal geschafft, aber der hat noch keine Chemo gemacht. Äh, der hat Radiation gemacht beim zweiten Mal, glaube ich. Und, ähm, beim dritten Mal macht er jetzt Chemo. Ich wünsche ihm alles Gute, ne, aber sieht nicht so gut aus, würde ich mal sagen. Sieht nicht so gut aus, als zum dritten Mal Krebs zu kriegen, das ist schon, das ist schon, ähm, stehen, stehen die Chancen ganz, ganz schlecht. Aber wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, der kommt da durch und ich hoffe, er hört auf mit diesem Unsinn, ja. Das ist mein Video zu diesem Thema, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.